Ich gehe gerade durch einen Ameisennest. Du hast verlaßt einen Ameisennest, halt. Ich habe leider keinen Fackel mit. Ich habe keine Kraft, ne? Man könnte ja auch einfach mal warten. Aber nein. Ist ja zu viel verlangt. I will follow Mirko. Deswegen spiele ich solche Spiele jeweils alleine. Hey, hey, hey. Ah, da ist er. Warst du eine Ameise oder was ist das? Ähm, war eine Ameise. Ich hoffe echt mal, dass wir das noch einbauen, dass man die reiten kann oder so. Ja. Kann man slurpen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Das scheint aber gesundes Wasser zu sein. Ja? Echt? Das passiert nicht? Ja, weil es sauber aussieht, oder? Achso. Ja, das ist glaube ich nicht zu sagen. Ich würde jetzt nicht slurpen wollen. Ich probiere erstmal. Ich habe halt schon nicht mehr viel Nahrung. Gross. Garde. Okay, wieder raus, oder? Ja, also ihr macht die Spinnen kaputt, ne? Charlie hat die beste Rüstung, also. Danke. Aber ich habe nur so einen blöden Speer. Ja, haben wir ja alle nichts anderes, oder? Wir können natürlich auch hier runter springen, ne? Wir müssen mit den Ameisen. Wir müssen eigentlich auch irgendwo weiter gehen, oder? Ja, lass versuchen. Ja. Die greifen an. Boah, Soldier End. Oh Gott. Wer rennt denn hier vor mir rum? Ja. Ich will jetzt nicht auf der Stelle stehen bleiben, unbedingt. Alter. Endpart. Wo? Äh, komm mal kurz... Okay, ich hab's... Ne... Hab ich's eingesammelt, oder? Nicht? Moko, komm mal kurz ein bisschen zurück. Da lag was. Okay, ich hab's eingesammelt. Ah, hier ist Gap bugged. Ne, ich bin fast tot, ne? Nur so bei der Wahl. Ja. Wir beschützen dich. Achso, warte mal. Vielleicht könnte ich auch Bandages machen. Nach vorne kommen wieder Ameisen. Bandage dich, Moko. Bandage dich. Scheiße, wo war'n ne Bandage? Ja, ganz hinten, glaub' ich. Ah ne, Snacks. Genau, bei Snacks. Oh, ich muss schon mal was essen. Ja, deswegen. Ich hab nämlich auch nicht mehr viel. Ah, das hat jetzt auch nicht viel geheilt. Ne? Ne. Warte, schau dir ja vorhin schon nach. Oh, oh. Boah, ich bin fast tot. Nein. Gib mir mein Speer wieder. Hast weggeschmissen. Ich hab sie dir ins Gesicht geschmissen. Seid ihr da? Ja. 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 Also, du hast doch jetzt wieder voll viel Leben mit Moko. Oh, jo, stimmt. Hey, warum das denn? Dann ist es über Zeit. Ja, das halbt, glaub ich, nur die. Da geht's raus. Raus. Außen erwarten uns nur drei Spinnen. Äh, ich hoff's mal nicht. Mirko geht vor. Na, ist wie gut das? Okay, dann lasst. Äh, Spinnen! Spinnen! Los geht's, ab zum Spawn. Ich hab hier auch Ameisen-Parts dabei, das finden die Ameisen gar nicht geil. Oha. Hä, aber was löchtet denn jetzt hier noch rot? Ist das wieder was anderes? Oh, das ist noch das von vorne. Äh, das ist von vorne. Okay, sorry. Bin einfach in komplett falscher Richtung gelaufen. Ja. Kann hier vielleicht was sein? Oh, ich hab Wasser gefunden. Also was im Dring gefunden, Jungs. Okay, es war, es war schön. Da kam was rausgetropft aus dem Hydra-Pack. Ich hab hier aber wieder irgendwelche lustigen Ameisen-Teile gefunden. Ich hab hier gefunden. Ich hab hier gefunden. Ähm, bist du gerade in der Forschungsstütze und Schauli? Ja. Aber ich hab nur ein was zum Analysieren. Okay. Das ist gut. War nicht noch was? Ihr Ameisen. Ach, ihr wollt dann das bald mitran. Haus. Da ist unser Haus. Ameise, geh weg. Hab das ding jetzt schon Toden niegern noch nicht, Marco? Ne eben nicht, ich guck gerade ob man das Dach als Boden nehmen kann aber das Das ist halt schräg, nur... ... finde ich zwar... Was mach ich so als Eingangstreppe? Jetzt hab ich meine Axt weggeworfen. Oh, super. Fuck. Soldier and Head Mount, okay. Exit Clant. Okay, wo hab ich denn das her? Ah, ich hab sie... Wir haben jetzt so einen Storage Behälter? Nee, gell? Wir haben zwei Storage Behälter, ja. Open. Ach, hier. Leute, Gasmaske, alter. What the fuck? Ja. Mich wundert's halt, dass wir bei Materials nur so wenig machen können. Ja. Ich hab nur eins da stehen. Ja. Ich auch momentan. Ich hab noch eine Sache, die ich erforschen kann. Ah, dafür kann man was... Ja. 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 Ich hab noch eine Sache, die ich auf jeden Fall habe. Ja. 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 Ich hab alles kaputt hier. Blödes Vieh. Äh, ich... Geh mal... Muss mal auf Toilette. Ja. 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 Oh Gott, ist noch irgendwo einer? Ach, hier. Geh weg. Oh Gott, was tut? Geh weg. Ja, du ass. Geh weg. Ich hab jetzt mal zu irgendeiner... Pütze. Oder mal. Ah, Materials. Rubber. Also, was ist noch mit dem Clay ausprobieren, ne? So, ich geh mal da erst Clay analysieren. Äh, Clay Foundation. Haben wir schon freigeschaltet. Ja. Aber es ist halt auch nur die Foundation. Also, bei mir ist Analyse, also ich könnte es analysieren, aber mit einem roten Punkt oben dran heißt das. Ich hab das... Ah. Ne Ahnung. New Recept, okay. Armor Dummy und Wippen Wall Mount. Ich bin ganz nicht viel. Oh. Okay, ich bin ganz anders. Okay, ich bin ganz sausages. Ich bin ganz anders. O, das ist wie ganz anders. Na pasture. Oh, da sind ganz anders. Und wie geht denn der growthiest? Oh, da ist der Hauptmann, Peter. Oh ja, ich weiß. Oh ja, das war ja. Ist nicht. Das ist. Oh nein, Parti. Was machst du ab oder was machst du hier? Oh fuck! Hier bei mir, Jolly? Das genau bei uns. Was ich grad anbieten. Ja, die reagiert grad nicht. Feuer frei. Alter. Hat viel Leben. Oh Gott, ich bin fast down. Kannst mit Rechtklick auch blocken. Ja, ja, ich wärs. Mikrofon aktiviert. Warum kraft ihr den Marienkäfer an? Weil wir wissen wollen, was er erbt. Erben. Ich hab den Scheiß-Pie. Alter. Der ist übel stark, ey. Ich fesse Jolly. Oder auch nicht. Weil er irgendwie spawnt. Ach ne, noch nicht. Äh? Nee, kann ich nicht. Jetzt, der macht das. Wo der sich weggerannt hat? Oder was auch immer rum? Wir stehen daneben. Achste. Tot. Kann mich einer wiederbeleben? Ja, mach ich. Ja, bin auch tot. Oh, er geht auf mich. Weiß nicht, wer die schlaue Idee hatte. Danke. Ich bin in dem drinne. Ich bin immer noch tot. Hallo? Ja. Ja, sorry, dass ich grad noch einen vergessen konnte. Warum bist du nicht wieder tot, Marcel? Machst du alles zusammen. Weil er mich genau neben dem wiederbelebt hat. Jetzt bin ich auch tot. Oh, oh, oh. Ja, aber man kann ja nicht mal schnell abbrechen. Ich kann dich nicht wiederbeleben. Ich bin Spawnfix. Ich bin Spawnfix. Ich will noch nicht, dass er despawned. Okay, mein Spawnpunkt hat's weggesetzt. Der verfolgt dich, glaub ich, ne? Muss erst mal wieder zu uns laufen. Ich bin auf dem Weg, meine Freunde. Go, 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 go. Alter, das hat viel, viel Leben. Oh, danke. Vier Sekunden noch. Habt ihr ihn? Nee, ich habe es mal alle wiederbelebt, oder? Der liegt doch da im Backpatch. Ja. Wann der Löwe? Bugs, bugs, bugs! Das geworden ist doch der. Bugs, fang, wo ist der Kopf hin? Die Ladybug Part. Ach, hier ist der Kopf. Hier ist der Kopf. Wir gesprungen. Aber wir haben ein bisschen... ich habe eine hülle eingesammelt ich gehe mal erforschen immer forschen das war eine schwere geburt alter bevor du musst ihn alleine angreifen alter ladybug rüstung wo ich kann doch noch einen ameisen kopf analysieren ich bringe doppelt so viel wie die ameisen rüstung krass und du hast blogging power mit drin ich habe mir jetzt eins von dem ameisen zeug gekraftet da kann ich nämlich ein links mehr tragen ein stamm kann man einen an der workbench robber machen würde es dieses asset claims wird ja kann ich machen auch noch gerade ich habe eine ameise an mir auch so eine krieger ameise hilfe hilfe jungs wirklich dieses asset glänz her ich habe keine ahnung ich habe es irgendwann eingesammelt mich hat irgendwas umgebracht ja sie ist noch irgendwas noch eine ameise das ist auch noch da ok erst mal kurz ach unsere unsere hütte ist weg jungs hütte? was für eine hütte? ach der respawn ja stimmt deswegen bist du auch woanders gespawnt ja naja würde das viev hohen ne ich glaube da hat einer der gegner hohen tatsächlich äh ich brauche auch nur einen spring äh hat sie ah hier ist einer base building das war utilities ach so hat es schon storage ok klasse 5 minuten ist äh schlafen und macht einen respawn point mit hin ähm immer noch wer dieses asset glänz hat kann der mal rubber herstellen ja 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 ach also wo kriegt man das her asset glänz das ist halt irgendwas gift zeug ne so bauen, swap, ah ok wir kurz pennen und dann äh und dann geh es erforschen was willst du erforschen? na das rubber also noch kannst du es noch mal ein holen? wir werden mal sehen wir brauchen zu rechnen wir brauchen zu rechnen ich weiß nicht über den resten von dir, aber ich bin verletzt das wird hier mal sehen wie das mit dem tower aussieht ok hier ist nicht dran aber das kommt gleich ach doch ja aber das dauert einen moment wir brauchen auch nur eins ok da brauchen wir auf jeden fall mehr ich weiß nicht ob da noch mehr kommen in der zeit oder? ja das erste mal waren da zwei dran jetzt ist noch eins dran ah ok cool ich nehm es mal noch runter das ist weil wenn da jedes mal nur zwei dann noch dran kommen ne ich kann rubber leider nicht nochmal erforschen ja das scheint immer nur zwei dann zu spawnen ah ok aber wir sollten mal so'n wir sollten mal so'n weiß nicht und reparatur hammer machen oder so ah habe ich schon habe ich schon das ist nämlich auch schon zur hälfte kaputt hier hm guck ich mal her das ich repariere ja ok ich repariere sie nämlich dagegen schlage ich muss erstmal meine rüstung reparieren ach den sperr kann man auch reparieren das fuß hattest du von verfliegen glaube ich verschiedene fuß ich habe ja ich habe schon ein bisschen was da reingeschmissen ja ich wollte auch ernstlich jetzt reingespringen würden ich habe wieder spoilt mit rumpimmeln red engaged, wer greift ihn nicht an schon wieder eine ameise die greift unser lager an soldat ameise also ich muss mir in den ersten neuen sperrkraft wo bist du da bing bau ich habe gerade mal einen bogen gemacht aber das problem ist dass wir die ich habe fünf ameisen teile und zwei köpfe mir guckt ich habe die ameisen dinge oder was ja jetzt gerade aufgesammelt von diesen solcher dings da ok achso man brauchst du die ich habe noch so eine kleine rüstung mit diesen blättern dann kannst du dir erstmal die ameisen zeug machen ja auch alles gut muss ja mach ruhig ach dafür braucht es zwei miet alles klar hat noch einer so einen ahorn oberteil haben wir nicht ist in welchem storage schon alles gut ähm achso das ist beides für den kopf ja egal ja dann mach ach was jetzt was noch für den kopf gemacht ja mal selber mach dein zeug was du hast alles gut ne ich dachte jetzt wenn du zwei was für den kopf hast dann gibts mir eins ja ich habe noch dieses ipad show oder das achso ich dachte du hättest jetzt ne 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 ach quapp ich will dass meine fackel unter wasser geht hm 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 ich für mein verständnis hätte gedacht einfach die grasdinger auf den boden legen so wie du die wand halt machst so ungefähr dann macht aber nicht also wenn du sie so manuell hinlegen möchtest dann passiert nicht ich brauch was hinbekommen na weißt du was wir auch noch nicht wissen ist wie man ähm die bessere werkzeuge also die werkzeuge noch auffristet oder? ja stimmt weil also ich hatte auf jeden fall vorn irgendwas was ich abholzen hätte können aber nicht konnte ich habe hier so eine dornige blume da krieg ich diese komischen nadeln her ja mach hier auch weed 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 das ding geht doch gar nicht kaputt ok das ist ja cool noch 10 noch 10 klar oh alert hangry noch mal was zu fräsen noch mal was zu fräsen hehehe schon wieder hä brauchst du einfach mal dagegen schlagen musst du das geht auch dann ja ja das ist ja auch lustig ey ja das geht nicht ab ähm charlie hast du das ganze mightfass mitgenommen oder was? ja ne wir hatten dieses rote fastzeug mitgenommen alles ich habe mir vorne nur 5 genommen hat noch welcher was? was denn für ein fastzeug? na das das rote mightfass habe ich im inventar 7 mal wie aber es ist nicht das rote nehm ich mal an äh es ist rot ja echt? dann äh mightfass wiper and red hair is taken from a lawn night ja ja ok genau das ist das was ich äh hm ich komm zurück die habe ich noch von vorne wo wir in der hölle waren ah ok es ist no women crime, but it's better than nothing ach lol megapod ah gut dankeschön ok ok man kann ja einfach da wirklich machen auf das solche mit dem tauchen auch ja ich habe einen bogen da ist mein schuss um zu sehen ob ich die pfeile aufsammeln kann ja kann ich sehr cool aber warum ich check es nicht weil ich habe es ganz oft dass ich meine rüste wieder neu anziehen muss echt ja das hat es immer wieder raus ja ok natürlich so ja irgendwie das ist ja du ja du ja du äh ich ja du 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 du